Gorak Jali Asana, die Stellung von Gorak, auch genannt Gorak Nath, einer der großen Hatha-Yogis. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Beginne, indem du dich auf die Fußsohlen stellst mit gebeugten Knien. Dann bring von außen die Unterarme zwischen die Kniekehlen. Dann drehe die Unterarme so, dass die Finger Richtung Brustkorb zeigen. Dann kannst du die Finger verhaken und die Handflächen Richtung Nabel geben. Dann gibst du das Becken nach unten. Das ist Gorak Jali Asana, zählt zu den hockenden Stellungen, zu den sitzenden Stellungen und eben auch den Stellungen, in denen du eine längere Zeit verharren kannst. Dieses Asana entwickelt die Hüftflexibilität, die Knieflexibilität und die Fußgelenksflexibilität. Dieses Asana ist auch eine gute Massage der Bauchorgane, insbesondere der tiefen Bauchorgane. Hilft auch für eine gute Verdauung. Gorak, also Gorak Nath, war einer der größten Hatha-Yogis. Es gibt ja auch Goraksha Shattaka, also eine 100 Verse umfassende Abhandlung von Gorak Nath über Hatha-Yoga. Er wird bis heute stark verehrt, gerade in Nordindien und Nordwestindien. Jali heißt Netz, Netzwerk, durchlässiges Gewebe. Warum diese Stellung jetzt Gorak Jali und das Netz des Gorak Naths heißt, ist nicht ganz bekannt. Mehr Informationen über alle Asanas, die auch benannt sind nach den 84 Nathas, den 84 Siddhas, also den 84 Meistern des Hatha-Yoga, findest du auf wiki.yoga-vidya.de